Wir spielen die nächsten Wurzeln, jetzt in Scharfen. So, ladies gentlemen, just taking off on the runway, on your left hand. Und größer könnten die Unterschiede kaum sein, zumindest was die Lärmentwicklung angeht, von dem sehr leisenden E-Fan zum Saab JS39 Gripen. Wir gehen von der sehr leisenden E-Fan, zu der sehr leisenden und stolten Vassab JS39 Gripen. Die Gripen haben ihren Ast 2088 und 26 Kultus in Dienst gelegt. Wir haben sie 262 Kultus in Dienst gelegt. Reconfiguration Die Power sehen von einem Volvo Aero LM2 Jetpack mit ungefähr 70.000 PS. Die Power sehen von einem Volvo Aero LM2 Jetpack mit ungefähr 70.000 PS. Die Power sehen von einem Volvo Aero LM2 Jetpack mit ungefähr 70.000 PS. Die Power sehen von einem Volvo Aero LM2 Jetpack mit ungefähr 30.000 PS. Die Klima hat eine Länge von ca. 14 Metern, eine Spannweite von 8,40 Metern und eine Höhe von ca. 4,5 Metern. Die Klima hat eine Länge von ca. 14 Metern. Die Klima hat eine Länge von ca. 14 Metern. Die Klima hat eine Länge von 2,11. Wir sehen jetzt sehr schön die langsamen Flügeigenschaften bei ca. 100 Knoten, also 180, 185 Knoten. Entspannungsvolle Brüge Klatsch 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR